Herzlich Willkommen auf dem ContiDrom. Mein Name ist Michaela Alin-Botolinski und ich bin eine Rennfahrin aus Schweden. Heute habe ich das Privileg, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen. Mehrfache Olympiasieger, zwölffache Weltmeister und damit der erfolgreichste Bobfahrer aller Zeiten, Francesco Friedrich. Hallo Michaela, vielen lieben Dank für die Einladung. Du bist der erste Bobfahrer, der beim zwei Olympiaden Doppelgold hintereinander gewonnen hat. Was ist dein Geheimnis? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wir haben beide das Glück, dass unser Beruf unsere Leidenschaft ist und wir jeden Tag wahnsinnig viel Spaß dabei haben, wenn wir auf Arbeit gehen. Bin ich absolut dabei und als Profisporter wissen wir beide, wie wichtig das Material ist. Vertrauen in das Material ist wahnsinnig entscheidend. Und um das Material geht es ja auch heute. Wir haben die Sportcontact 7 Reifen auf diesem Golf G-Team montiert. Es sind keine Rennreifen, sondern Hochleistungsstraßenreifen für Fahrer, die High Performance neu erleben möchten. Und genau diese Reifen werden wir heute auf diesem Testgelände testen. Alles ist bereit, du darfst zuerst. Ja, super, dann lass uns direkt starten. Ja, super, dann lass uns direkt starten. Vielen Dank. Danke. Also wow, Francesco, die zwei Runden waren sehr, sehr gut. Vielen Dank. Und glaubst du, dass du den Reifen zu einem Limit gepusht hast oder was glaubst du? Ich denke, ich habe schon vielleicht so 80 Prozent aus dem Reifen rausgeholt. Aber jetzt bin ich wahnsinnig gespannt, was du damit machst. Also ich werde es probieren, zu einem Prozent auf dem Limit zu fahren. Und, wirst du das? Diese Präzision und Stabilität ist, was macht einen guten Reifen aus. Verrückt, wie man merkt, wie der Reifen an das Limit geht und trotzdem steht. Das fühlt sich fast so an wie in meinem Bob. Na, das will ich sehen. Jetzt hast du mich hier eingeladen, jetzt würde ich dich gern zu mir in den Eiskanal einladen. Also das wäre echt toll. Wir treffen uns im Winterberg, lass uns fahren. partnered mit dem Neu-Ni-Nin... ...